ritter sport in der bvb taktik tafel edition das ist knusper schokolade mit cornflakes wir probieren sie mal aus willkommen bei der futschau ja die bvb taktik tafel also nur ich bin selber kein partner kein bvb ich bin eher paderborn natürlich paderborn ist hier in unserer stadt die im bandschaft der bvb ist nicht weit weg dort und ist von paderborn nicht weit entfernt ich war auch schon mal im stadion aber diese tafel habe ich mitgenommen als auf der messe in hannover war die messe war da gibt es ja auch ein video von die wäsche world war es glaube ich wird 2019 2019 war das an die messe war richtig richtig kacke also da sieht man auch im video ich bin glaube ich in zehn minuten komplett rüber gelaufen das war's und da ich damals zeit hatte bin ich noch rüber zum stadion denn da ist der bvb fanshop offiziell ja auch am stadion und da habe ich die taktik tafel damals gesehen seitdem liegt ihr bei mir wiederum wie das immer so ist ich teste immer nicht alles sofort und wenn die sachen verschwinden dann in meinen kartons und rutschen man ja nach unten und manchmal muss ich dann mal gucken das müsstest du vielleicht auch mal testen ja was ist das das ist eine vollmilchschokolade mit cornflakes also die ritter sport cornflakes schokolade ist das die auch sehr sehr beliebt ist also meine freundin sagte auch die ist geil dann nutze ich gleich noch zwei drei stück für mein müsli der macht es ihnen nämlich noch klein und tut sie sich mit rüber ja kalorien 520 und bvb design ist hier drauf hier ist auch schon bvb logo zu erkennen auf der tafel ist auch noch mal ganz wie bvb zu erkennen das zeige ich euch jetzt dann geht ihr jetzt in die nahaufnahme und dann verkostet sie mal weil ich habe sie glaube ich ehrlich gesagt noch nie probiert ich bin glaube ich nicht sicher also ich habe die kontext schritt das sport noch nie gegessen die mit keks esse ich gerne also das sport mit keks wirklich ein simple so was bin ich einfach mal nicht machen sehr sehr lecker darum sehen wir uns gleich wieder hier gibt nie eine aufnahme und so schaut die schokolade also aus das sind also die einzelnen rippen in der mitte mit großen logo auch überall bvb erwähnt ritter sport ja und das ist halt von innen hier sehen wir also schokolade mit cornflakes stückchen groß und klein wir sind hier ein paar auseinander gebrochen aber man sieht es ist halt viel wirklich an cornflakes drin von unten sieht man das auch sehr gut also typisch ritter sport hier habt ihr die zutaten die nährwerte und jetzt probieren wir sie mal wie schmeckt die ritter sport version von dem bvb und ihr seid wieder da jetzt hat das gesehen ja optisch sieht das doch gut aus muss man einfach sagen also für eine fan edition da wurde auch was getan ist es einfach nicht eine simple ritter sport da wurde auch was anderes gemacht gibt es glaube ich auch für fc bayern doch fc bayern hat auch eines habe ich schon mal irgendwo gesehen ich weiß nicht wie viele vereine die noch haben es scheint für mehrere vereine zu geben aber ich finde sowas cool und die hatte ich jetzt gesehen darum probieren wir sie mal aus das war sie jetzt gerade diesen schönen dicken cornflakes stücken man muss einfach sagen ich finde das schon geil also das finde ich bei schokolade das tönt mich bei schokolade an wenn du richtig schön was sie ist weil du weißt du wirst auf jeden fall viel zu quatschen und so haben und nicht da wird dir was versprochen und dann beißt du rein und denkst du ja schokolade aber nur wo ist der rest knuspert schön simpel leckere ritter sport schokolade das ist im feld muss ich auch mal sagen zu vielen herstellern die wir haben in deutschland ist das sport wirklich von der schokolade immer noch eine der besseren oder höheren weil die einfach auch einen schönen schmelz haben und hat nicht zu viel scheiße einsetzen also hier wird auch kein palmfett rein gemischt weil das ist immer so ein ding ok butter reinfett ist noch drin aber vielen herstellern steht ja wirklich palmfett mit den ersten listen und bei solchen zutaten hier hast du dann zucker kakaobutter kakaomasse mais vollmilchpulver magermilchpulver dann kommt butterfett gersten malz soja aber es ist nicht einmal palmfett und sogar wenn du merkst einfach wenn billiges fett drin ist schmilzt die schokolade viel mehr meistens dann noch mehr zucker drin und das ist bei ritter sport auch nicht so so aber ihr ganz anderes thema wie gesagt ich mag ritter sport schokolade insgesamt wieso sehr gerne aber punktemäßig was kriegt die knuspertaktik tafel für die schokolade selber gebe ich ich finde es immer noch sehr lecker wie also ich finde es immer noch sehr lecker ich finde sie sehr lecker 455 punkte nur für die schokolade alleine durch das optische würde ich ihr sogar fast eine 5 geben wenn ich fan wäre also findet händen werde wir sagen 5 und 5 lecker machst du gar nichts mit falsch für mich so als nicht wenn eine viereinhalb ist da völlig noch fair aber optisch bin ich sowas cool weil man was probiert wird was anderes und ich sage jetzt sagen wir es zuschauen schreibt gerne in die kommentare ob ihr die cornflakes ritter sport noch kennt oder immer vielleicht gerne ist ich habe gar nicht weiß wenn ich noch gibt ich muss gleich erst mal googeln ob sie noch zu kaufen gibt und ja ob ihr vielleicht fußballfan sein schreibt mal rein welcher verein eurer favorit ist vielleicht seit der bvb fans bayern fans schalke fans glatt bach frankfurt schieß mich tot köln alles was es gibt bei mir ist es paderborn da schlägt das herz für paderborn bielefeld ist eine reiberei wir sind halt auch unsere wir aber ich sage jetzt danke fürs zuschauen wir sind eins der nächsten videos nicht freue mich auf eure kommentare bis denn ciao